Hi und herzlich willkommen bei Stay Geeky und heute möchte ich mit dir gerne über die Brettspiel-Highlights 2020 sprechen. Heute stelle ich dir meine zehn Highlights des letzten Jahres vor. Das kann natürlich nur eine individuelle Liste sein. Wie gesagt, das sind meine liebsten Brettspiele aus dem vergangenen Jahr. Die werden sich nicht unbedingt mit deinem decken, aber wo wir gerade beim Thema sind. Wenn du magst, schreib doch gerne in die Kommentare dieses Videos deine zehn liebsten Brettspiele aus 2020. In meiner Liste habe ich jetzt Erweiterungen nicht berücksichtigt, sonst wäre Roleplayer Monsters & Minions mit Sicherheit dabei. Habe ich jetzt ausgespart. Wir beginnen mit der Nummer zehn. Meine Nummer zehn ist der perfekte Moment. Bei dem perfekten Moment geht es darum, dass wir einen Fotografen verkörpern, der ein Foto schießt auf einer Feierlichkeit und die Gäste so positionieren muss, wie sie es sich am ehesten wünschen. Jeder Gast hat also drei Wunschkarten. Beispielsweise möchte er neben einer bestimmten Dame stehen, möchte er am Tisch stehen und so weiter. Man muss dann in so einer Art Logikrätsel die Figuren so positionieren auf dem Spielfeld, dass möglichst viele Wünsche erfüllt werden. Die Charaktere kommen in Form von so Papp-Standys, man hat dann wirklich so ein 3D-Szenario und diese Figuren stellt man dann auch wirklich um so einen Tisch herum. Sehr innovatives Spiel, macht sich auch unheimlich schön auf dem Tisch. Der perfekte Moment. Meine Nummer neun ist Paris, Stadt der Lichter. Optisch ebenfalls sehr schön anzusehen. Thematisch befinden wir uns im späten 19. Jahrhundert in Paris und die Elektrizität erhält gerade Einzug in die Stadt. Das Spiel ist aufgeteilt in zwei verschiedene Phasen. In der ersten Phase müssen wir Teils, also so Pleckchen auslegen und bilden damit praktisch Flächen für Gebäude, die wir in der zweiten Phase errichten müssen. Wir müssen auch in der ersten Phase Gebäude draften, also ziehen aus einer Auslage, die wir dann später bauen möchten. In der zweiten Phase müssen wir diese Gebäude dann auslegen und möglichst so, dass sie an möglichst viele Laternen angrenzen. Das sind nämlich dann Multiplikatoren für unsere Siegpunkte und wir müssen Fähigkeiten ausspielen, die dargestellt werden durch ausliegende Postkarten, die um die Spielfläche herum ausliegen, sind optisch auch sehr, sehr schön. Es ist ein unheimlich interaktives und konfrontatives Zweispielerspiel, Paris statt der Lichter. Meine Nummer 8 ist Small World of Warcraft. Es ist eine Neuauflage des Spiels Small World und diesmal vor dem Hintergrund World of Warcraft. Es ist eine, wie ich finde, viel schönere Basisbox als die normale Small World Box. Einfach weil schon verschiedene Spielmodi enthalten sind und auch so kleine Module, so Erweiterungen praktisch. Man hat also hier in dieser Box direkt schon mehr geboten als in der normalen Small World. Small World ist ein Area Control Spiel, das heißt wir kämpfen die Vorherrschaft in diesem Fall von mehreren Inseln und das machen wir, indem wir im Spiel diverse Fantasy-Rassen erwerben und spielen. Also es gibt eine Auslage an Rassen, die kombiniert sind mit Fähigkeitsplättchen, die sind also in jedem Spiel auch unterschiedlich und diese verkörpern wir dann im Spiel, können die im Laufe des Spiels auch zur Ruhe setzen, eine andere Rasse spielen. Und wie gesagt, es geht darum, dass wir möglichst viele Gebiete kontrollieren müssen und den Gegner entsprechend verdrängen. Small World of Warcraft. Meine Nummer 7 ist Ära, das Mittelalter. Ein Spiel, das basiert auf dem Würfelspiel im Wandel der Zeit und das Ganze anreichert, indem wir hier ein Roll-and-Build-Spiel haben. Also wir würfeln, mit diesen Würfeln bekommen wir Ressourcen, können bauen oder lösen Desaster aus und können dann entsprechend mit diesen Ressourcen, mit den Aktionen, die wir würfeln, Gebäude bauen. Das machen wir wirklich auf einem eigenen Spielbrett und haben dann dreidimensionale Gebäude, die wir errichten, sodass dann im Laufe des Spiels eine richtige dreidimensionale mittelalterliche Stadt entsteht. Macht sich optisch sehr, sehr schön, ist spielerisch wirklich toll und hat das Spiel im Wandel der Zeit noch einmal weiterentwickelt und ist für mich ein deutlicher Fortschritt, macht unheimlich viel Spaß. Ära, das Mittelalter. Meine Nummer 6 ist Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Praktisch eine einsteigerfreundliche Variante von Gloomhaven und das hat unheimlich viele Vorteile gegenüber den normalen Gloomhaven. Also dass im Prinzip die Spielregeln erlernt werden in fünf Szenarien, so Tutorial-Szenarien, dass man ein Glossar mit dabei hat, dass man sich den Aufbau der Dungeons spart, weil es im Prinzip so ein Buch gibt für die Dungeons, die sind alle abgedruckt und man spielt dann in diesem Buch, ist eigentlich das, was Gloomhaven von Anfang an hätte sein sollen. Einzige, was mir hier halt wirklich fehlt, das ist so, ja ich sag mal, dieses große Rätsel, was in den normalen Gloomhaven enthalten ist, worüber man ja so nicht spricht. Das hat man jetzt im Pranken des Löwen nicht, aber wer neu ist in dieser Welt, das ist eigentlich der perfekte Einstieg. Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Meine Nummer 5 ist Nevada City und das ist auch mein neues Lieblings-Worker-Placement-Spiel. Wir errichten eine Westernstadt und wir haben Arbeiter mit individuellen Fähigkeiten. Das heißt, jeder Arbeiter, den ich im Spiel habe, unterscheidet sich von den anderen. Man beginnt das Spiel schon mit einer Westernfamilie mit Ma, Pa und zwei Kindern und auch die unterscheiden sich schon auch im Vergleich zu den anderen Familien und man kann diese noch anreichen, indem man nachher noch Arbeiter einer heiratet und das Spiel ist auch thematisch wirklich toll gemacht. Es ist einfach komplett stimmig. Also man kann zum Beispiel auch neue Arbeiter anheuern und Arbeiter, die nicht angeheuert werden, na die finden halt keine Arbeit, sind gezwungen praktisch gesetzlos zu werden und die ziehen dann durch die Stadt, machen Ärger, man muss diese bekämpfen und man kann vor allen Dingen auch die Stadt komplett individuell aufbauen. Je nachdem, welche Gebäude man errichtet, hat man neue Arbeitsflächen und so weiter und so fort. Unheimlich tolles Worker Placement Spiel, solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen, Nevada City. Meine Nummer 4 ist Yukon Airways. Bei Yukon Airways geht es darum, dass man eine Luftlinie von Wasserflugzeugen leitet und Passagiere zu gewünschten Zielen transportiert. Normalerweise bin ich überhaupt kein Freund von Pick and Deliver, aber das hier ist eigentlich eher ein Draft and Deliver Spiel. Man muss nämlich die Passagiere aufsammeln, das sind Würfel mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Augenzahlen und muss diese dann zu den verschiedenen Orten fliegen. Und das macht man in einem Wasserflugzeug, das man im Laufe des Spiels komplett individuell aufbessern kann. Man leitet das auf, kann verschiedene Fähigkeiten entwickeln und so auch unterschiedliche Strategien entwickeln. Sehr, sehr schönes Spiel, auf jeden Fall im Blickwerk, Yukon Airways. Und meine Nummer 3 ist die Insel der Katzen. Bei der Insel der Katzen geht es darum, dass wir Katzen von einer Insel retten und diese unterbringen müssen auf unserem Schiff. Und das machen wir mit einem Teillegermechanismus. Das heißt, das ist so ein Puzzlespiel. Die Katzen kommen in so tetrisförmigen Teils. Und die müssen wir auf unserem Schiff platzieren. Das machen wir, indem wir zuerst versuchen, diese Katzen von dieser Insel für uns zu gewinnen. Dazu müssen wir Karten ausspielen. Und wenn wir die dann letztendlich haben, puzzeln wir die zu Gruppen zusammen. Und wenn die Katzen in farbig passenden Gruppen liegen, gibt es dann auch entsprechend mehr Siegpunkte. Das Schöne bei Insel der Katzen ist aber, dass ich meine Siegbedingungen im Laufe des Spiels selbst bestimme. Es gibt nämlich noch so einen Drafting Aspekt. Das heißt, jeder Spieler zieht eine gewisse Anzahl von Karten und sucht sich Karten aus, mit denen er spielen möchte. Es wird dann reihum umgereicht. Und da sind dann auch meine Siegpunktkarten bei und bestimmte Siegbedingungen. Das heißt, ich kann dann selbst wählen, welche Strategie oder welche Taktik ich verfolgen möchte und kann dann auch mein Spiel jedes Mal individuell gestalten. Unheimlich schönes Spiel, Insel der Katzen. Meine Nummer 2 ist Teng Garden. Ebenfalls ein Tailing-Game wie Insel der Katzen auch. In diesem Fall errichten wir einen chinesischen Garten. Und dieser entsteht dann wirklich auch dreidimensional auf der Spielfläche. Das heißt, wir legen verschiedene Teils aus, müssen dann Wiesenflächen bauen, Felsflächen bauen und so weiter und errichten dann auch Dekorationen, Pavillons, Bäume, die dann halt wirklich diesen Garten darstellen. Man hat dann auch im Spiel noch verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und muss die dann im Laufe des Spiels auch in diesen Garten positionieren. Denn je nachdem, wo sie stehen und in welcher Blickrichtung, was sie dann sehen, das erzielt dann Siegpunkt am Ende des Spiels. Jeder Charakter hat nämlich so eigene ästhetische Empfindungen und er hat dann selbst Wünsche, was er denn gerne sehen möchte oder auch was er vielleicht nicht sehen möchte. Und wenn man diese Wünsche erfüllt, gibt es dann entsprechende Punkte. Thematisch sehr, sehr schön gemacht, optisch schön gemacht und auch akustisch. Es gibt nämlich auch einen offiziellen Soundtrack dazu, der lässt sich herunterladen oder auch bei YouTube abspielen. Ein rundum wirklich wunderschönes Spiel, Tengarden. Meine Nummer eins ist Vampire Vendetta. Vampire Vendetta ist eine Brettspielumsetzung des berühmten Rollenspiels Vampire the Masquerade und thematisch ein absoluter Knaller. Also wer das Rollenspiel kennt, der wird hier seine helle Freude haben. Thematisch geht es darum, dass wir einen der bekannten Vampirclans verkörpern und um die Vorherrschaft von Chicago kämpfen. Das macht mir jetzt eine Mischung aus Area Control, Deckbuilding, Ressourcenmanagement, Bluffing und Push Your Luck. Und man muss sich ernähren, muss sein Blut einsetzen und vor allem auch aufpassen, dass man immer genügend behält, weil man sonst in Raserei verfallen kann. Man kann Diablarie betreiben und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr interaktives Spiel und das fängt auch dieses intrigante Spiel unter den Vampiren sehr, sehr gut ein. Die Clans spielen sich alle sehr individuell und vor allem auch der Wiederspielwert sehr hoch, denn je nachdem, welchen Clans man spielt, auch welche Clans am Spiel überhaupt teilnehmen, ist dieses Spiel jedes Mal anders. Die Clans sind auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt vom Thema her. Wie gesagt, ist ein absoluter thematischer Knaller Vampire Vendetta. Ich hoffe, dir hat diese Liste gefallen. Wir haben zu allen Spielen, die wir jetzt hier genannt haben, auch eine detaillierte Spielrezension erstellt, falls du dir die gerne anschauen möchtest. Wir stellen die Links auch in die Beschreibung dieses Videos. Ich hoffe, wir sehen uns auch dann beim nächsten Mal. Ich sage bis dahin, stay geeky, ciao!